hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufnahme nevermind das letzte mal haben wir uns hier von dem troll trollen lassen sozusagen die versuchen sich da gerade scheinbar gegenseitig umzubringen aber irgendwie ist der baum ziemlich schwach also kann ja keine anderen mobs angreifen finde ich komisch eigentlich mochte ich den baum so vom kampfstil her aber irgendwie naja auf jeden fall heute wollten wir ja erstmal die 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 treppenstufen genau die treppenstufen erstmal daran klatschen dann wollten wir ja in entweder in andere dimensionen oder wir müssten auch kohle holen außerdem müssen wir unser inventar sortieren deswegen das würde ich glaube ich als erstes mal machen machte mal packe das ganze zeug mal wir bräuchten noch eine kiste eine leere kiste in die wir unser gastes zeug reinpacken was wir so im inventar haben machte das mache ich mal kurz beziehungsweise bestimmt haben wir doch noch irgendwie kiste da haben wir doch noch warum klingelt denn jetzt das telefon nö da gehe ich nicht ran sehe ich nicht ein ich hoffe ihr hört das nicht zu laut unser telefon klingelt ja also genau so das erstmal ist weg was brauchen wir denn das nehmen wir noch mit dem rest können wir eigentlich einsortieren und damit haben wir hier irgendwas drinnen gehen dann ja geht's los mit dem fröhlichen sortieren das packe ich auch mal hier mit rein ach so und unser bogen natürlich ach nee das ist ja gar nicht unser bogen okay ich habe nichts gesagt also was ist mit meinem hals los irgendwie fühlte sich gerade ein bisschen komisch an egal also wieder ein paar coins für unsere copper coin chest das finde ich sehr schön das da hole ich auch noch mal raus der rest kommt hinten in kisten so kann man nämlich alles was die drüben in kisten kommt schon mal so rein stopfen moment das war falsch hier haben wir doch gar nichts ich will hier auch nicht okay so viel zum thema wir können ja alles hier in die kisten stecken aber hier für die kiste haben wir ganz viel machen wir das haben wir auch drüben gemacht kommen so moment unsere uns wollen wir hier mit rein das ist aber schon ganz schön voll finde ich gar nicht so schön ach so und die waffen natürlich ach ja sortieren ist doch was schönes oder nicht eigentlich nicht aber so und dann wie gesagt würde ich gerne in eine neue dimension gehen ich würde einfach gerade ganz spontan sagen wir gehen direkt in eine neue dimension ohne kohle zu holen dann müssen wir das halt als erstes machen wenn wir aus der dimension wieder zurück kommen da führt dann halt kein weg dran vorbei moment und das mache ich auch noch nicht rein aber ich meine man muss ja auch noch haben man kann ja nicht minecraft spielen ohne zu farmen das geht hier nicht rein von der logik her so das noch rausholen das weiß den pack ich wieder hier oben bin und jetzt wo machen wir das dann alles hin wie die planks mache ich auf jeden fall mal hier rein und dreck mache ich hier rein moment warum habe ich denn eigentlich obwohl doch ja war richtig alles klar oder moment ja doch alles gut ich habe mich gerade selbst verwirrt und pilz weiß ich nicht wohin damit mache ich einfach damit rein so so ist gut würde ich sagen muss reichen unser inventar ist wieder leer dann kommen wir das hier auch wieder alles unten mit leiste reinpacken so ein bisschen was zu essen und das ding nehmen wir natürlich auch mit auch wenn wir da wahrscheinlich in der nächsten dimension nichts finden werden die ganzen bricks lasse ich mal hier ganz einfach aus dem grund weil obwohl moment wenn wir da hingehen würde das keinen sinn machen deswegen ich nehme die bricks mal mit moment bekommen uns noch ein paar bricks mehr machen fällt mir gerade so auf kommen wir nicht weil wir keinen äh dingens mehr haben kein 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 äh tintensack genau ok komm dann machen wir uns erstmal direkt auf in die nächste dimension nachdem wir hier die treppenstufen platziert haben ich weiß jetzt gerade gar nicht in welche dimension wir als nächstes gehen wollten muss ich gleich mal gucken ich habe mich auch noch nicht über die dimension informiert ich habe keine ahnung was jetzt auf uns zukommt ich weiß nur dass wir in eine neue dimension gehen so viel weiß ich auch schon aber dann finde ich es auch ein bisschen aufregender einfach weil man nicht weiß worauf was auf einen zukommt nur den schädel sollten ausmachen weil erstens wird es jetzt wieder dunkel und zweitens hat man jetzt das mal gesehen was passiert wenn wir den schädel anlassen so ich erst mal hier runter gesprungen ja gut ne hier ist wieder so viel charger da hinten im wald auch den gehe ich jetzt mal ganz gekonnt aus dem weg soweit es natürlich geht ja geh weg so sekunde ich mach mal den schädel aus man sieht sonst nämlich nichts und da einen moment da drüben waren wir fertig ne ja ich glaub schon so ups was war das denn so 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 wunderschön wird das hier so okay huch man 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 warum kann der denn nicht mal gescheit bauen so bitteschön so da war übrigens mal wieder meine mutter jetzt bin ich aber irgendwie selbst schuld weil die hat gesagt dass sie weg will und äh ja ist ja klar dass sie nicht gehen kann ohne mich darüber aufzuklären ne wie soll es denn auch anders sein so also hier haben wir noch keinen boden verlegt das heißt hier in die dimension jetzt als nächstes das ist bis ich mach schon mal gamma bright an obwohl ne ich lasse erstmal gamma bright aus mal gucken was kommt oh hi ja und dann würde ich sagen rein in die neue dimension hallo oh ho äh lol warum haben die bäumen hier augen das macht mir ein bisschen lol ich weiß nicht ob ich hier moment kann man hier vielleicht ein bisschen was anders einstellen auch breiten ist vielleicht auf breit ja okay so sieht man doch genug wir wollen ja auch nicht ganz das feeling der dimension kaputt machen indem wir hier gamma bright an machen erst mal gucke ich was das hier für einer ist oh der kann schießen finde ich nicht so cool lol diese geräusche oh von wo wenn ich ja wenigstens was sehen würde dann leuchtet es moment ich glaube das war das portal ne ich markiere mir lieber mal das portal portal weil sonst finden wir da wahrscheinlich nie wieder zurück die augen irritieren mich kann man hier die bäume einfach so abbauen warte mal ich versuche das mal mit dem hier obwohl was ist das da hallo achso ich bin langsam ich habe mich schon gewundert hä aber man kann die tatsächlich einfach so achso das hier ist blattrot okay das ist wieder was anderes ich nehme davon einfach mal ein bisschen was mit daraus könnten wir den boden machen und was ist das hier also mit den augen tentakel oh oh nicht dass jetzt irgendwas schlimmes passiert wenn wir das abbauen okay man kann das ernsthaft abbauen kann man das vielleicht mit irgendwas anderem schneller abbauen nicht so wirklich ne ich will nur mal das auge abbauen das so ein auge würde ich gerne haben das können wir dann draußen irgendwie hinsetzen so vor das portal oder so das wäre doch geil kann man das einsam ja tatsächlich oh mein gott komm nehmen wir noch ein tentakel mit einfach weil es so schön ist was ist denn das ist das eine brücke wobei oh wobei irgendwie ist es ganz schön dunkel ich glaube ich mach mal gamma bright an wie gesagt macht zwar so ein bisschen die dimension kaputt aber dann seht ihr wenigstens was ein augenblatt ach das sind augen oh mein gott warte mal ich will mal hier unten geil kann ich hier mitnehmen warum lassen diese Sachen sich alle so schwierig abbauen komm nehmen wir einfach mal ein paar augen mit finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade dass die hier dass das alles hier so ohne konsequenzen geht ich fände es cool wenn man irgendwie wenn man so abbaut oder so wenn dann irgendwie ein Vieh aus dem nichts kommen würde und uns irgendwie töten würde oder keine ahnung oder zumindest angreifen nicht unbedingt direkt töten oder so so jetzt will ich hier hoch was ist hier oben das sieht interessant aus wie gesagt ich hab mir noch nicht über ich hab mich noch nicht über irgendwas informiert keine ahnung wie es hier zu sich geht keine ahnung wie hier die dungeons aussehen und hier gibt es ja bestimmt dungeons oder warte mal apropos dungeons welches level sind wir warum hä irgendwas zieht uns in die richtung bist du das ziehst du uns an ach die viecher hier ziehen uns an okay ich hab mich schon gewundert weil vorhin auch als ich das angegriffen hab das vieh da wurde ich irgendwie so an das vieh rangezogen das war irgendwie komisch oh hi na oh äh nein lasst mich lasst mich gehen okay erstmal regenerieren moment in der Zeit können wir ja mal hier in die Höhle gehen warte mal hier war doch eine Höhle ne okay hier nicht warte 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 hier nehmen wir noch ein bisschen Holz mit aber dann können wir ja mal hier in die Höhle reingucken was es hier so gibt hier gibt es nichts äh okay ich mach hier nur mal den Weg frei damit wir wieder zurückfinden oh mein Gott hab ich mich gerade erschrocken was war denn das okay und wir sind übrigens Hunter Level nein wir sind fast tot ey lass mich doch mal in Ruhe wir sind übrigens Hunter Level 14 okay schade hier gibt es nichts warte mal Alter ohne Gamma Bride sieht man hier mal gar nichts okay hier ist irgendwie nicht so viel los ich dachte hier wären vielleicht irgendwelche Erze oder so hi hi na ich weiß auch nicht ob ich so tief hier rein will weil ich finde hier oh das sind Erze was sind das für Erze Bloodstone oh okay nehmen wir doch mal mit gucken wir mal was man da draus machen kann warte mal kurz okay hat sich erledigt ähm Sekunde ich machen ich guck mal kurz hier Usage Bloodstone Sword 18 Aspect Damage oh das gefällt mir dann könnten wir ja theoretisch dann könnten wir ja theoretisch die ganzen Verzauberungen von dem einen Schwert also von dem Schwert was wir jetzt haben auf das andere übertragen oder nicht und außerdem hier mit Jade kann man Necro Leggings also Necro Rüstung machen oh und dann hat man einen schnelleren Tool Speed das gefällt mir aber also nehmen wir mal so ein paar davon mit die scheinen ganz lustig zu sein wundert mich nur dass hier so viele davon rumfliegen ich hatte jetzt gedacht dass die in etwas weniger großen Mengen hier vorkommen huch das wollte ich nicht mein Charakter hat sich selbstständig gemacht ja komm wenn wir jetzt schon so tief in der Höhle drin sind dann können wir auch weiter rein ne zur Not müssen wir uns halt wieder rausbauen ich werde hier sowieso nicht mehr rausfinden ich bin ich habe mich da jetzt schon komplett verlaufen übrigens passt die Musik gerade voll zu der Dimension so alles mit Blut und so und dann diese Musik also ich finde das schön ich finde das passend so was gibt es denn hier noch ich frage mich auch manchmal gibt es hier in den Dimensionen immer nur ein Erz das ist ja irgendwie ein bisschen langweilig da hätten sie sich ein paar mehr Erze ausdenken können finde ich he he nein natürlich nicht allerdings das hat auch was Gutes dadurch dass es in jeder Dimension nur ein Erz gibt kommen die wahrscheinlich ein bisschen öfter vor als in der Hauptwelt die ganzen Erze die ne ihr wisst schon aber Bloodstone Ohr das das kommt hier echt ganz schön oft vor also das wundert mich jetzt ein bisschen aber ich will das jetzt einfach mal nicht hinterfragen also ist mir jetzt egal so Moment ich wollte auch gerade mal gucken wir haben ja hier warte was haben wir jetzt hier für ein oh da hinten ist wieder so ein Vieh hallo na ein Fiend Moment also wir haben ja jetzt die Zeit ein Embossed Down Sword das macht standardmäßig 14 Attack Damage und jetzt hatte es 17,75 das heißt also wenn wir uns so ein neues Schwert machen hier draus aus dem Zeug dann hat das schon vom Hause aus mehr also mehr Schaden macht das dann als unser jetziges Schwert das gefällt mir irgendwie der Gedanke und dieses Emberstone das kommt gar nicht mal so selten vor wundert mich eigentlich voll also hätte ich jetzt nicht gedacht ich meine wir haben das ja schon vorher mal gesehen das Emberstone aber dass das so oft vorkommt hm ok naja gucken wir mal sieht auch nicht so aus als müssten wir das jetzt irgendwie noch mal verkraften mit irgendwas anderem dass da das das Ohr rauskommt also man muss das noch nicht mal brennen oder so hm interessant oh hier geht es wieder raus ok das ist sehr gut ich gehe hier einfach mal wieder raus hier in den Höhlen gibt es ja nichts interessantes außer dass es hier irgendein Vieh scheinbar gibt was mich wieder in die Höhle reinzieht gehe ich halt zu dem Ausgang raus so hallo oh das nefft irgendwie ein bisschen dass die einen an sich ranziehen so ich würde gerne so kämpfen wie ich das für richtig halte oh hi oh da ist so ein gelbes Vieh kann ich das einsammeln warte mal bestimmt brauchen wir da auch wieder so ein ewig hohes Level für naja das kann ich nicht einsammeln manu hätte ja mal klappen können so komm erstmal alles hier ein bisschen einlagern das über einen Stack haben wir jetzt schon oh was ist das für ein Buch Book of Shadows ok das mache ich mal in der Hauptwelt auf äh moment wo ist denn jetzt eigentlich das hä hä was geht denn jetzt hä what the fuck hä das verstehe ich jetzt nicht ok egal ich hinterfrag das jetzt einfach nicht ich gehe einfach muss ich glaube ich nicht verstehen oder gut so was sind das hier einfach nur ein Blätter ok schade ich dachte da kriegt man vielleicht was raus oder so aber nein natürlich nicht ja genau lasst mich doch mal in Ruhe man ich will doch nur kämpfen voll die unfairen Mittel hier und ich dachte immer so Kämpfe wären gerecht dass jeder die gleichen Chancen hat ja ja das klappt jetzt ehlig ähm wir sollten erstmal regenerieren warte mal ich baue nochmal so einen Baum ab vielleicht können wir ja den Baum als Boden benutzen je nachdem wie der so aussieht wenn er verkraftet ist oder so das könnten wir doch glaube ich sogar Stufen machen oder aber wir haben uns ja jetzt eh schon für die für die Toten also für die Ziegelsteinstufen entschieden egal wir gucken einfach mal was passiert hi andererseits ist es auch gar nicht mal so unpraktisch man muss die Gegner nicht mehr suchen sondern die machen selbst auf sich aufmerksam indem sie dich einfach so ranziehen wie mit so einer Seilwinde ich bittezähl ich bleib ich auch